Moin Moin und herzlich willkommen zu den kom-kom-kombo-Helden. Jetzt fragt ihr euch natürlich, was ist hier nicht richtig gelaufen? Wieso bin ich auf einem komischen Kombo-Helden-Trailer gelandet? Irgendwie dabei bin ich doch auf Wolfskins respektive Sprachgewalt-Tätiges-Kanal gegangen. Ich kann euch das verraten, dieser Kanal existiert quasi nicht mehr. Das bedeutet, ich werde ihn nicht mehr updaten, ich werde keine neuen Videos hier drauf hochladen. Denn ich habe tatsächlich diesen Kanal-Kombo-Helden zusammen mit Harpe aka Systemneo und Flo aka Sinner Sykes neu gegründet. Wir bündeln dort unsere Videos, wir bündeln dort unsere Kenntnisse, wir bündeln dort unseren Spaß, wir bündeln dort unsere Kompetenzen. Die ganzen alten Serien, die ihr bei uns mochtet, wie sowas wie MechWarrior Online, Blood Bowl, ähnliche Dinge. Die ganzen alten Let's Plays von Sinner Sykes, die ihr sonst gemacht habt mit Humboldt und solche Geschichten, sowas wird er weiterführen. Und Harpe wird natürlich Minecraft weiterführen, um euch den maximalen Spaß auf nur einem einzigen Kanal zu bringen. Das bedeutet im Umkehrschluss natürlich, dass wenn ihr bei uns weiterhin Treue erhalten wollt, dann müsstet ihr mit uns zusammen auf Kombo-Helden wechseln. Auf dieser Seite bieten wir euch nämlich nicht nur diese ganzen Let's Plays, die ihr schon kennt, gebündelt auf einmal, sondern wir bieten euch einen ganzen Haufen neue Let's Plays. Es werden ganz viele Koop-Spiele kommen, ganz viele Multiplayer-Titel kommen, ihr werdet mit uns spielen können. Wir werden euch eine neue Homepage, also eine Homepage quasi für den Kanal, wir werden euch bieten Facebook, wir werden euch bieten Google Plus und so weiter und so fort, was man alles braucht. Vielleicht auch, was ihr uns sagt, was ihr haben möchtet von uns. Wenn ihr irgendwas nicht haben möchtet, dann müsst ihr uns das halt auch sagen, dann werden wir uns das angucken. Wir jedenfalls freuen uns wahnsinnig darauf, mit unseren Abonnenten diese neue Reise zu betreten. Wir hoffen, dass wir mit der Kombinierung von unseren Kanälen einen richtigen Schritt gemacht haben für die Zukunft auf YouTube. Wir möchten, dass ihr wisst, dass wir euch wahnsinnig dankbar für die Zeit sind, die ihr bisher mit uns verbracht habt. Für jedes einzelne Abo bin ich wirklich dankbar, denn es ist so, wenn man anfängt mit dem Let's Plays, dann weiß man, okay, man wird wahrscheinlich nie so groß und berühmt wie die Großen. Man rechnet aber nun auch nicht damit, dass man irgendwie 300, 400 Abos bekommt, dass Leute einem tatsächlich zugucken, dass sie die Videos toll finden. Das ist natürlich eine tolle Sache, weil dafür machen wir unsere Videos. Dafür mache ich ganz persönlich meine Videos, um euch zu unterhalten, um euch Informationen zu bringen, um euch Spaß zu bereiten. Das werden wir auf den Kombo-Helden versuchen, noch eine Nummer nach vorne zu bringen, noch ein bisschen besser zu machen. Ihr seht schon, dass wir an den Intros und Outros versuchen, professioneller zu sein. Wie gesagt, ein fettes Dankeschön an jeden Einzelnen, der mich bisher begleitet hat. Ich freue mich über jeden von euch, der mich mitbegleitet. Da hinten ist eine dicke Tür. Die Tür ist belabelt mit dem Wort Outro. Und im Outro findet ihr einen Link auf den neuen Kanal, auf den ihr einfach draufklickt, um uns zu abonnieren. Wir würden uns wahnsinnig darüber freuen, über jeden Einzelnen, der mit uns mitkommt. Wir hoffen, dass wir euch dort bieten können, was ihr sucht. Wir hoffen, dass ihr dort Spaß haben werdet. In diesem Sinne bleibt mir nicht viel mehr zu sagen, außer wir sehen uns hoffentlich alle wieder am 8.7.2013. Das ist das Datum an den Kombo-Helden starten wird. Wir würden uns wahnsinnig freuen und wünschen euch bis dahin einfach einen fantastischen Resttag. Tschü, tschü! Tschü, tschü! Bis zum nächsten Mal.